ja hallo leute und herzlich willkommen zurück zu let's play blitzkrieg folgende folge nummer zwei für das kapitel wacht am rhein ja in der mission müssen wir das lagerhaus einnehmen ein kleines dörflein und eine größere stadt und wie es aussieht zu allerlei bunker jetzt also mit meinen fahrzeugen dorf einnehmen so meine kanonen kommen hier hin so ein schirmen weg bereit bereit hier bereit lkw hier oh was beschießt den hier fahr zurück was super schütze so durchfahren hier ist irgendwo noch genau hier das aber sogar schütze erledigt sie so 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 gut wie sagen ihr hierhin und ihr hier und ihr hier genau ihr verschanzt euch hier befehle unterwegs so hierhin genau so ist glaube ich ganz okay kümmert euch dann gleich um die stellung artilleriebesatzung hier wir sind dabei nicht zur stelle ihr jungs braucht munition hier wir sind einmal darauf ballern bitte so kannst du auch die flak hier abholen die 8 8 da hier einmal bitte drauf und dann hier einmal und hier da fordere ich gleich mal tiefflieger an mal gucken was ich bekomme ja me 262 a2 sturmvögel die werden das zerstören aber erst mal schießen die mit ihren 4 30 millimetern alles zu klump sind das die jäger ich dachte ich hätte mir dings angefordert die flieger doch habe ich ja die fliegen hoch sind nur für schwere flack zugänglich super der opel blitz kommt mal hier hin versorger wo bist du du haust hier gleich die mauern kaputt hier greift die position an das kriegt der ja wohl hin kein problem jetzt habe ich auch endlich mal vernünftige flugzeuge flugzeuge also die 262 die ist verdammt schnell in echt hatte sie viele triebwerksprobleme aber trotzdem bomber killer und hier oben ist noch eine stellung gut dass ich das gerade gesehen habe noch wir sind unterwegs hier hier könnte hier rein hier hier sollte rein großer schuppen nicht so sonderlich toll kann man immer das haus fahrer meldet sich zur stelle was ist denn verrückt wird sich doch hier nur umdrehen die auf den toten stellen da nervt mich gerade ist das ein mörser so eine reichweite hat der keine große so kommt hier noch ein mg hin hier kommt jetzt hier hin dachte ich habe euch eine Nummer zugewiesen kriegt da halt die 1 so ihr kriegt die 1 und ihr kriegt die 2 so 1 ihr schießt mal bitte hier hin 2 schießt hier hin schwere bomber jetzt 4 Stück die kommen nicht durch gleichzeitig starte ich hier einen angriff das wollen die ja auch nicht unbedingt ja da sind sie aber bomben sind abgeworfen endlich habe ich meine bomber formation so ja könnt ihr euch auch mal verteidigen ja endlich schießt mal der bomber jetzt habe ich nur noch einen bomber über ja einheit wurde befördert wo werden wir gebraucht befehl bestätigt batterie bereit bestätigt das kann ich machen ja naja buddel nicht ein genau ah da hockt ein german die kette zerlegt von der innenstadt steht nicht mehr viel befehl so hier marschiert jetzt mal nach hier so die stellung bitte angreifen melde mich zur stelle bereit zum einsatz ihr macht das hier schon sofort fertig geschütze feuerbereit batterie hier so könnte hier lang bestätigt fertig so hier jawohl ihre befehle ihre befehle könnt ihr nochmal draufholzen wenn es euch spaß macht alles bereit tiga und infanterie das kann ich machen erwarte ihre befehle alles klar artillerie stellung bereit noch die häuser stürmt oh ha na los weg ja zurück zum spiel weg so kann ich jetzt auch ein opel beats reinschicken der hier mal ein bisschen aufräumt ja ist mein da ist mein reparatur lkw ich mach das irgendwie immer schon aus reflex so ich glaub das war's hab ich hier noch irgendwelche stellungen die ich ausräumen kann ich glaube nicht doch da oben wär noch einer räum ich mal mit meinem tiga 2 weg schick die jagdbommer genau diese jagdbommer könnt sich auch perfekt gegen andere jäger verteidigen ja das war's glaub ich man kann's auch noch zerstören wenn du möchtest warte ihre befehle wir sind dabei hä also jetzt also das vom tier 2 drei geschossen nacheinander an der pack abprallen das hab ich auch noch nicht erlebt gut aber das war's schon dann beenden wir einfach hier die folge an der stelle und springen mal in die statistik also bis gleich ja gut leistung der einheit in der mission jetzt hab ich leider das andere schon weggedrückt äh beförderte einheiten elefant verloren aber kann ich mit leben wird jetzt auch gleich diesen elefanten hier gegen einen panther eintauschen gut und das war auch schon wieder folge nummer 2 ähm ja äh die nächste folge wird dann wieder eine hauptfolge sein und wahrscheinlich auch die letzte ich glaub das ist das letzte kapitel bin ich hundertprozentig sicher ich werd mir ja noch äh in der zwischenzeit noch ein Panzert ja Tiger 2 ein Königstiger einverleiben und vielleicht zwei von diesen 10-fach Raketen werfen die find ich ganz interessant und mal schauen was ich noch mache das erklär ich euch dann allerdings alles wenn ja äh wir dann zur Hauptmission kommen und bis dahin ich denke dass ihr zugeschaut habt wenn es euch gefallen hat gebt mir einen Daumen nach oben das freut mich immer wieder sehr und ja ähm bei Fragen oder Anregungen schreibt es mir gleich in die Kommentare das so kriege ich es am schnellsten mit und ja würde ich sagen bis zum nächsten Mal